Untertitelung im Auftrag des ZDF 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 Wir haben jetzt Partika Freiburg und ein paar Super-Taten. Wie lange dauern wir jetzt noch in der Rundsatz? Das ist schon ein eigenes Stück, oder? Ich sage, wir haben einen Teil noch nicht. Wir hören, wir sehen mit dem Haus. Das ist auch so. Das Problem ist, dass wir die Rundschelzeichen nicht zu lassen. Das ist schlimm. Wir stehen damit zu fahren. Wir haben alle ausfahren. Das ist auch so, dass wir die Rundschelzeichen nicht zu fahren. Aber wir müssen die Rundschelzeichen nicht zu fahren. Aber es ist auch sehr gut. Das ist das auch gut. Das ist das Bordschelzeichen. Sie sind jetzt in der Rundschelzeichen, und das muss ich mal jetzt so vergesst. Die Rundschelzeichen. Die Stimmen passen, aber der Deutsche ist auch gut. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Das ist ein typisches Beispiel. Das ist ein typisches Beispiel, das ist ein typisches Beispiel, das ist ein typisches Beispiel. Das ist ein typisches Beispiel, das ist ein typisches Beispiel, das ist ein typisches Beispiel. Das ist ein typisches Beispiel, das ist ein typisches Beispiel, das ist ein typisches Beispiel. Das ist ein typisches Beispiel, das ist ein typisches Beispiel, das ist ein typisches Beispiel. Das ist ein typisches Beispiel, das ist ein typisches Beispiel. Das ist ein typisches Beispiel, das ist ein typisches Beispiel. Das ist ein typisches Beispiel, das ist ein typisches Beispiel, das ist ein typisches Beispiel. Das ist ein typisches Beispiel, das ist ein typisches Beispiel, das ist ein typisches Beispiel. Das ist ein typisches Beispiel, das ist ein typisches Beispiel, das ist ein typisches Beispiel. Das ist ein typisches Beispiel, das ist ein typisches Beispiel. Das ist ein typisches Beispiel, das ist ein typisches Beispiel, das ist ein typisches Beispiel. Das ist ein typisches Beispiel, das ist ein typisches Beispiel, das ist ein typisches Beispiel. Das ist ein typisches Beispiel, das ist ein typisches Beispiel. Das ist ein typisches Beispiel, das ist ein typisches Beispiel. Das ist ein typisches Beispiel, das ist ein typisches Beispiel. Das ist ein typisches Beispiel, das ist ein typisches Beispiel. Das ist ein typisches Beispiel, das ist ein typisches Beispiel. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020